Das ist so, das ist abschreckend. Kein Ding. Hätte noch gut. Sightseeing in Leipzig. Ja. Sightseeing in Leipzig. Mahlzeit. Das sind noch die Ritter der Tafel rum. Spitzkolle-Ritter. Hier ist der Wechselbereich. Von Minerv und Solitary Experience. Sieht ein bisschen wilder aus. Juhu. Die Spitze sind noch die Ritter der Tafel room. Das sind noch die Säge. Die Spitze sind noch die Ritter der Ritter der Tafel. Von der lampdeanten Kumpel. Über Chapusstse vad damit stoppasst. Und noch die Ritteren der Ritteren von Nawaalem screamom. Vielen Dank.